Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal KatjasWelt. Wie versprochen das Video über was haben wir vermisst, als wir in die Türkei gekommen sind von Deutschland. Hatten wir ein Interview mit BILD TV, die hat mich angeschrieben. Ich verlinke euch das mal unten. Meine und Bekis Antwort war direkt aus dem Mund geschossen. Hatte sie dann auch gesagt, unsere Kinder. Aber jetzt mal ehrlich, was hatten wir vermisst, als wir hier zuerst herkamen? Als wir hier zuerst herkamen, dazu muss ich sagen, wartet, wir waren öfters beim Türkeneinkaufen in Deutschland. Gewürze und so kannte ich ja schon alles. Aber der Schafskäse vom türkischen Laden in Deutschland ist nicht wie der Schafskäse hier. Die Sucuk vom Deutschland ist nicht dieselbe wie hier. Was natürlich auch gut ist, so wird weniger so fertig Zeug gegessen. Die erste Zeit, ob jetzt Abonnenten oder unsere Kinder, wo unsere Kinder hatten ja Überraschungsbesuch, die hatten dann wohl den Weg hier gefragt, weil Tarek und ich wussten davon ja nichts. Und er hatte mich dann mal, mir hätte es eigentlich auffallen müssen, du Schatz, was vermisst du denn so? Und auch meinen tollen Kaffee, weil den gab es ja hier nicht, gibt es ja jetzt beim Mediamarkt. Ist zwar teuer, aber ihn gibt es. Und und dies und das und die kam mit Koffer voll. Dann kamen die Kinder ja dann öfter. Die waren ja schon ein paar Mal hier. Mama, können wir was mitbringen? Ja, das, 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 das. Andere Freunde. Katja, können wir was mitbringen? Ja, das, 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 das. So an Lebensmittelgewürzen, fragte Henker was. Und Maggi, die haben hier so eine Liter, eine Liter? Ich glaube schon so eine Liter Flasche Maggi mitgebracht, meine Kinder. Und noch eine kleine oder zwei kleine weiße und Nutella. Ach, was hatten die, wenn wir Nutella mitgebracht? Naja, auf jeden Fall. Man kann sich aber mit alles arrangieren hier. Nutella essen wir gar nicht mehr, weil das türkische Nutella schmeckt uns viel besser. Die Sucuk gibt so eine ähnliche, wenn wir die mal essen, so Ei mit Sucuk machen, von Aro in der Metro. Die schmeckt fast, fast genauso. Schafskäse liebe ich den jetzt hier. Meine Kaffeesahne und das alles. Unsere Tochter, der Sohnemann auch, die Tochter. Mama, brauchst du irgendwas? Oder dies oder das, wo sie sonst immer mitgebracht hatte. Ja, ich sage, nein, Julia, gar nichts. Ich sage, wenn ich mal Hunger habe auf diese, ich liebe ja diese blauen M&M's, diese Crisp-Dinger da, dann hole ich mir die hier. Die gibt es in so einem kleinen Paket. Da sind, glaube ich, zehn, zwanzig Stück höchstens drin. Sind auch sau teuer. Esse ich aber gar nicht so viel. Die türkischen Süßigkeiten sind sehr lecker, muss ich sagen. Die türkische Schokolade, der Hammer. Die haben Riegeln hier, äh, die kann man gar nicht beschreiben, ja? Bohan, Serpil, Ella und Barisch, falls ihr das hier guckt, ich sage nur bombastig. Ne? Die Riegeln sind wirklich der Hammer. Aber unsere Kinder hatten sich auch Süßigkeiten von ihr Riegeln mitgenommen nach Deutschland. Jetzt, um die Frage zu beantworten. Damals hatte ich noch ein bisschen mehr vermisst, aber es war noch nicht mehr ein ganzes Jahr her. Dann eigentlich nur noch die Kinder. Was, okay, wenn die jetzt mal krank sind oder so, ist es natürlich schlimm, wenn man so weit entfernt ist, ja? Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Hatte ich auch ein Video mit Auswandern damals, Auswandern heute. Es gibt FaceTime. Man kann sich jederzeit anrufen. Man kann so FaceTime machen. Man kann so reden. Es ist einfach toll. Die machen auch Videos und schicken mir die, wenn die irgendwo auf Konzerte oder so waren. Aber das ist wirklich, ja, mir, ich vermisse sonst gar nichts. Und wisst ihr was? Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, eigentlich ist das traurig. Eigentlich ist das wirklich traurig, dass in einem Land, wo ich, wie alt war ich denn? 51, glaube ich, wo wir ausgewandert sind. Wo ich 51 Jahre lang gelebt habe, aufgewachsen bin, meine Kinder großgezogen habe, dass ich da nach einem, circa ein Jahr, noch nicht mehr ein Jahr, gar nichts vermisse, außer unsere Kinder. Da frage ich mich doch, woran hat es gelegen? Es gibt viele Auswanderer, es gibt auch viele Pendler, die ganz viele Sachen vermissen. Ja, obwohl die hier schon länger wohnen, wo ich gar nicht mehr vermisse. Ich habe mich hier so an die Sachen gewöhnt, weil die auch, wenn man so will, besser sind. Und die sind wirklich besser. Okay, so Wurstaufschnitt oder so. Oh, und der Zimmet und das Brot, das ist hier so lecker. Naja, wir reden ja jetzt über das Wünsche. Nein. Deswegen habe ich auch die Wurstartikel und die Käseartikel gar nicht hier vermisst. Man muss halt hier nur ab und zu rumschauen. Man kann mit anderen Sachen, Mascarpone gibt es auch hier in der Metro. Am Metro hat sogar Rama, es gibt es hier viel. Ja, benutze ich alles gar nicht. Wenn ich backe, nehme ich die ganz normalen Sachen. Es gibt es hier auch Dr. Oetker-Pudding. Ja, schmeckt und sieht ganz anders aus wie der in Deutschland. Dann frage ich mich, warum. Aber das ist das, was mich eigentlich doch schon ein bisschen entsetzt hat, wo ich drüber nachgedacht habe, was ich alles jetzt vermissen würde und richtig vermissen würde. Ja, wo ich damals, wo wir hierher ausgewandert sind, das waren so, außer unsere Kinder. Ja, das war das Große. Das andere war alles Pille-Palle. Das war ja Pille-Palle, weil man damit groß geworden ist. Sonst gar nichts. Ist schon schade, oder? Vielleicht bin ich die Einzige. Ich weiß es nicht. Also wir als Familie. Jetzt kann ich euch mal verraten, das Einzige, was der Tarek vermisst. Aber wir müssen mal schauen, da soll es sowas auch in Alanya geben, ja? In Alanya. Irgendwo. Ich glaube, er hat auch schon die Adresse. Letztes Mal wollten wir hin, kamen wir aber nicht. Wir haben dann so ein Ski-Köfte-Restaurant unterwegs gesehen. Dann sind wir da hingegangen. Ja, spontan, ne? Ist der Döner. Der Döner von Deutschland. Das ist das Einzige, wo der Tarek hier vermisst. Und wenn ich mal ein Video über diesen Dönerladen mache, in Alanya, ist nicht dieser Berlin-Döner oder so, ist irgendwas anderes, dann werde ich euch auch die Adresse verlinken. Genauso wie jetzt das Video von, sagt schon, Bild TV. Aber es ist schon, ich vermisse von Deutschland wirklich nur die Kinder, aber die waren jetzt schon so oft da. Die haben auch ihr eigenes Leben. Wir können FaceTime machen, wir können telefonieren. Ansonsten vermisse ich gar nichts. Ja, das war's. Ihr bleibt alle gesund. Bleibt, wie ihr seid. Ich habe euch alle lieb, natürlich, wie immer. Ich sitze hier im Schneidersitz. Bis denn. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.